Was heißt, du kannst theoretisch heute 1.000 Euro gewinnen? Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Fußball-Challenge heute mit unserem Torwart Mahmoud Neuer. Es wird schein, Leute. Direkt den hier in den Kommentaren da lassen. Wir machen heute nämlich die 30 Minuten Tore schießen Challenge. Richtig. Das heißt, wir haben 30 Minuten Zeit, um Tore zu schießen. Meli denkt bis jetzt noch, das ist eine ganz normale Challenge. Aber wir wären ja nicht die Rotators, weil wir nicht die Rotators wären. Du startest mit einem Guthaben von 1.000 Euro. Das heißt, du kannst theoretisch heute 1.000 Euro gewinnen. Aber jeder Schuss, den wir bei dir treffen ... Willst du erst mal was dazu sagen? Ich bin raus. Was so? Ich hab genug Geld euch abgezogen. Jeder Schuss, den wir treffen, wir schießen nur outside the box, der zieht Geld auch ab. Wir haben 30 Minuten Zeit, ein normaler Schuss vom Boden. 10 Euro minus. Ein Volleyo, der kann gar nichts hassen. Jungs, das ist euer Ernst. Ganz kurz. Kannst du das euer Ernst? Das ist unser real Torwart. Also wenn du in 30 Minuten keinen Ball kassierst, kriegst du 1.000 Euro. Ey, ihr seid doch verrückt. Zu wild. Alter, ich schwöre. Aus der Luft 20 Euro Abzug. So ready oder bist du ready? Junge, mein Gehirn kriegt das grad nicht verarbeitet. Und wenn der jetzt an die Latte geht, geht schon mal 100 Euro weniger. Oh, Pico. Das wären jetzt 20 Euro Abzug. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Wir haben es verstanden, Leute. Lasst ein Like da, damit ihr auch mal bei so einer Challenge mitmachen können, Freunde. Like und den hier. Wir dürfen auf gar keinen Fall einen übern Zaun roten. Ja, wir haben 5. Wir haben 5 Bälle jetzt gerade. 30 Minuten. Okay, sobald du den Timer startest, geht's los. Bist du ready, Meili? Ich bin ready. Okay, wir fangen an zu schießen. Wir beide direkt, oder was? Direkt, aber es gibt keine Regeln. Okay, wir müssen richtig Gas geben, okay. Hey, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich finde das so geil. Wir können viel verlieren, ja. Ich sage, ich predikte, wir schaffen es, den auf 250 Euro runterzuschießen. Das ist meine Ansage. Und 250 Euro ist okay, weil wir haben zu viel Geld. 3, 2, 1, let's go. Okay, 30 Minuten haben wir jetzt 29. Hey, wir müssen Gas geben, fang an. Mach noch einen, mach noch einen, Bruder. Komm, du hast ihn gerade, du hast ihn gerade. Ach du scheiße drauf, Bruder. Oh nein! Okay, ganz ruhigchen. Das hier ist auch nicht, ey. Wow! Uff! Ich wollte ihn, ich wollte ihn sein. Oh nein! Jau! Ja! 990! Hier, du hast direkt noch einen. Blödsgrad gut! Ja! Blödsgrad gut! Ja! Blödsgrad gut! 300 Euro wieder verloren, weil GoPro kaputt. Ja! Ich kann es nicht mehr sehen! Oh mein Gott, hier! Nein, nein, nein! Ja! 380! Hey! Let's go! 79! Okay! Heute, ich bin der Schießer! So! Let's go! 69! Nein! 50! Ja! War das lustig! Ah! Hier haben wir den Boden getreten! 140 Euro! Kannst du auf 1 bis 16 das, Mann? Ja! 230! Der liegt noch! Boah! Bye! Have a great time! Hey! Hey! Scheiß drauf! Keine Wollens für mich! Oberkörper über den Ball! Ja! Jetzt ist der Lauf da! 920! 920! Guck mal, direkt nach links! Mach! 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 Das Anstrengendste ist einfach die Bandles zu holen, Leute! Ich denke 8 Minuten rum! Es wird Zeit für den Wolle! Acht Minuten rum! Oh mein Gott! Let's go! 910! Das war ein Wolle! 819! 880! Ah! Oh! Wolle! 860! 850! Was ich mein! Let's go! Doppelfast! 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 Ja! 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 Boah! Junge! Let's go! 830! Nehme ich direkt! Mit Moni Kroos! Let's go! 820! Oh Gott, Junge! Oma, die Bälle! Das ist deine Aufgabe hier! Oh! 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 100! Das ist eine gute Zahl! Ich kann aufhören! Mann! Gar nicht! Ha! Ja! Juhu! Ich hoffe, Toni macht das nicht! Ja! 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 50! Ja! Du hast 50! Du hast 200! Ja! Amazing! Showstopping! Spetacular! Ja! Du hast 50! Komm! Komm! Klapp noch mit! Mit links! Ja! Ja! Mach einfach Ramona! Der geht! Let's go! Oh, geil! Jawoll! Komm! Komm! Jawoll! Einer rechts daneben, Mann! 6,90! 69! So! Ja! 2 getroffen! 6,70! Ja! Ja, Junge! Die Zeit mag mir so das Geld zu holen! Geil! Ja! Fuck! Wow! 6x50 Euro. Wir haben noch neuneinhalb Minuten Zeit für ein bisschen Chillerei. Lass mal ein Like da. Gerne auch ein Abo. Bei einer Million vor Juni schneide ich mir ne Ronaldo R9 Friese. So wie hier. Und ich glaub, der Meli macht das auch. Jetzt wird der müde! Machen wir! Gehst du? Ja! Wir fangen jetzt erst an! 6x50! 6x50! Ja! Ja! 6x30! Ja! 6x20! 6x10! 6x10! Jetzt geht's schnell Leute! Ja! Yeah! Wow! I? 6x10! Und wieder tot! Bro! Oh meinst du was? Oh! 600! Genau so! Paner zählt 100! Machen wir 500 draus! Ja! 92! Er muss husten! Chill mal! Gib Gas! Gib Gas! Das ist unsere Job! Der sagt chill mal! Bruder! Für Corona! Ey! Edis war der links oben! Oh! 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 Nein! Das gibt's nicht! Bruder! Wie macht ihr das? Das gibt's nicht! Bruder! Wie macht ihr das? 5x10! Ja boah! 50! Ja boah! 50, ne? Du hast ja Energie, Junge! Du bist 6! Du musst laufen! Ich kann kein Brustannahme! 15 oder 500? Ich weiß es nicht! Sagen wir 15! Weil ich hab mit Hand angenommen! 15! 500! Das ist kurz vorm Kollaps! Ich hab auch! Wir haben noch 3,30! Und er hat genau... Du hast genau 500 Euro! Ich kann das nicht in Sekunden aufgeben! 4,90! Mach das! Für 4,80! Ah! Du Scheiße! Jawoll! Super! 4,80! Meine Beine machen nicht mehr mit! Ich bin der weiße Timo Werner! 4,60! Ja! 4,50! 4,50! Okay, komm! Ich hör langsam nicht mehr! 4,50, ne? Eine Minute! Die letzte Minute läuft! Let's go! 4,50! Ja! Ich kann nicht mehr! Komm, mach ihn! Lauf! Kann nicht mehr! Dennoch! Noch ein! Da ist der Timer! Timer! Oh mein Gott! Wie viel sind wir? 4,20! 4,20! Riesen Respekt auch an Meli! 4,20 Euro in 30 Minuten verdient! Schabiler Stundenlohn! Das ist ja gut! Das war aber super Paraden! Aber auch geile Schüsse! Danke, danke! Lass gerne ein Like für diese Challenge! 4,20 Euro! Wir müssen jetzt zum Geldautomaten! Weil wir dachten eigentlich mit 0 Euro machen wir das hier easy! Ich wollte doch die 500 eigentlich! Aber ab zur Bank! Oha! Tschüss! 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 Also, Bruder hier! 4,20 Euro kannst du gerne nachzählen! Hast du dir wirklich verdient! Das war eine starke Leistung! Ich dachte echt, wir ballern den auf 0 runter! Also, ey! War stabil! Lass ein Like und ein Abo da! Und ich küsse eure Nuss! Weißt du, was wir als erstes damit machen? Ich mache mir erst mal Hektkampf! Und Argummis! Damit ich nicht so vom Wind mit Weht aussehe! Ich dachte, jetzt kommt Merkel war Schischau! Das hat mich schon! Hau rein, Leute! Das hat mich schon!